Ein Ständchen und Blumen fürs Geburtstagskind und jede Menge Gratulationen. Presserummel zum 40-jährigen Bestehen des Fechtklubs Frau Bischofshund. Mit dabei der Bruder der Trainerlegende Emil Beck. Das Foyer platzt aus den Nähten. Da drängeln sich die Benjamine am Biertresen und da tauschen die Legenden des Fechtsports Neuigkeiten. Für die Verantwortlichen des Fechtklubs Frau Bischofsheim Gelegenheit zurück zu blicken und gleichzeitig den Weg zu neuen Ufern zu weisen. Genug geplaudert. Die Organisatoren bieten zum Festtag. Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und Sport in der ersten Reihe. Für alle 1000 Besucher aber ein Programm. Im Rückblick ist die Fechtlektion, die Emil Beck zur Legende gemacht hat. Nachsetzenausfall. Nachsetzenausfall. Einfach mal vorbei. Hopp. Stoß zu. Hopp. Hopp. Durchstoß, Alex. Hopp. Sehr schön. Genug in der Artikel, nicht? Genug. Erinnerung in An. Damals beim Dinner. Danach. Das Training war, wenn ich heute schon nachdenke, war schon wahnsinnig brutal, unheimlich anstrengend und ich glaube, so etwas gibt es heute nicht mehr, dass man sich so quälen musste damals, was auch Spaß gemacht hat, die Woche fünfmal, teilweise am Tag vier Stunden zu trainieren, Wettkaffektionen zu machen. Und unser Ebel, der war ja nicht ein bisschen beleibt, aber so schnell der Bursche und so aggressiv, unglaublich. Alexander Pusch und Anja Fichtel zeigen dem Publikum noch einmal Fechtschritte und taktische Aktionen von damals, ritualisiert als Show in den Farben von Tauber Bischofsheim. Festredner überbringen die Glückwünsche ihrer Organisationen. Der Bürgermeister von Tauber Bischofsheim, die Ehrenpräsidentin des Deutschen Fechterbundes, der Vertreter der Landesregierung, der Vizepräsident des IOC. Thomas Bach übergibt an den Präsidenten des Fechtklubs Tauber Bischofsheim das Geburtstagsgeschäft. Dann Ordensverleihung durch den Präsidenten, erst an die früheren Präsidenten, dann an die Damen und Herren der ersten Stunde. Da war Alexander Pusch noch nicht an der Reihe, erst als die Medaillengewinner geehrt wurden. Sie alle hatten ihre sportliche Karriere einem Mann zu verdanken, Emil Beck. An sein Beispiel soll der Emil Beck Gedächtnispreis erinnern. Er wird an Personen verliehen, die sich um den Fechtsport verdient gemacht haben. Der Höhepunkt der Geburtstagsfeier, eine Fechtvorführung. Die Ehrenpräsidentin des DFB sieht das neue Tauber Bischofsheim auf der Bühne. Ein Bild mit Symbolcharakter. Nicht mehr eine Person steht im Vordergrund, sondern das Team. Der Hauptsponsor kann sicher sein, dass sein Name vielfach um die Welt getragen wird. Die alten Präsidenten haben den Grundstein für die Fechthochburg Tauber Bischofsheim gelegt. Die junge Generation will diese Tradition im neuen Gewand fortsetzen. Eine kurzweilige und informative Show, wie sie in der Fechtszene nur Tauber Bischofsheim auf die Beine stellen kann. Ebenso wie das Dinner danach zu beswängten Rücken. Hauptgesprächsthema der Wandel des FC von der Einzelperson zum Team. Also ich habe zwar unter, aber nicht mit ihm trainiert. Ich hatte ja ihn nie direkt als Trainer. Aber er war einfach damals die treibende Kraft, ganz klar. Derjenige, der über alles mit Argus Augen gewacht hat. Und heute ist es so, dass die Kompetenzen eben auch ein bisschen verteilter sind. Dass wir auch einfach versuchen, die Spezialisten in ihrem Spezialgebiet einzusetzen. Und so für jeden Sportler auch individuell das Beste herauszuholen. Eine Entwicklung, die sich in der Sportwelt bereits herumgesprochen hat. Dennoch, Beck bleibt weiterhin vor. Solche Typen fehlen immer. Davon kann es eigentlich gar nicht genug geben. Aber es muss, wie gesagt, jeder seinen eigenen Stil finden. Jemanden wie Emil Beck nachzuahmen zu versuchen, das wäre nicht der richtige Weg. Spätestens beim Smalltalk zum Dinner hat es sich bei allen Gästen herumgesprochen, wohin die Reise des neuen FC Tower Bischofs heim geht. Vielen Dank, gell.